Toll, er speichert. Da hört sich alles nicht so geil an. Was schreit denn hier so? Oh, Spiel. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Kein Licht. Okay, sehr geil. Kein Problem, alles in Ordnung. Wir kriegen da schon hin, wir kriegen da schon hin, wir kriegen da schon hin. Oh, das ist eine Sackgasse. Oh nein, das hätte ich wahrscheinlich nicht machen sollen, oder? Geht das mit den Angucken vielleicht auch bei ihm? Gehen wir doch zurück zu Silent Hill 2, du Arsch! Wo ist Silent Hill 2? Vielleicht versteht der eine oder andere, warum ich das gesagt habe. Ja, so ein bisschen hat sich da schon... Nein, nein, nein. Das Charakterdesign ist einzigartig. Es ist wirklich einzigartig. Ich nehm's zurück. Ich nehm's zurück. Ich nehm's zurück. Einzigartig. Eins musst du verlassen. Du hast eine ziemlich schmale Hüfte. Ich nehm's zurück. 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 Easy. Nein, nicht easy, nicht easy. Jetzt warte verdammt einmal, warte. Kein Licht anmachen. Ich versuch das... Ich versuch die Helligkeit wirklich so hoch zu machen und Kontrast und so. Das ist aber immer so dauerhaft im Spiel und weil immer mal dunkle und helle Passagen kommen, kann ich das echt nicht in so einer vier Stunden Aufnahme oder so. Es geht einfach nicht. Da übersehe ich hundertprozentig was. Äh, nur was ihr bescheid wisst, dass ich das schon... Also ich seh fast gar nichts hier gerade. Was ist der scheiß Router? Wo ist denn der verdammte Router? Okay, warte. Ich muss ihn mal kurz verstecken hier. Ich setze den Router zurück. Will ich ja. Ist das der Router-Knopf da? Das ist doch scheiße. Gott sei Dank. Oh ja. Eine Sekunde. Scheiße. Ich will natürlich wissen, was in den anderen Türen noch unten ist. Ich glaube aber das Vieh kommt jetzt erstmal hier hin. Ich glaube ich hätte mich da vorne nicht gesehen. verstecken sollen. Das war doof. Was ist das denn jetzt? Was? Okay, der Hauptrechner ist wieder online. Ist das denn wirklich? Okay. Jetzt können wir wieder hier weg. Das wird sicherlich total einfach werden. Das wird sicherlich total einfach werden. Ich glaube wir sind gleich da. Ich glaube wir sind gleich da. Ich glaube wir sind gleich da. Aber natürlich trotzdem wissen, was in den anderen Türen ist. Das sieht mir ein Server-Raum aus. Der Lebens- und Umgebungskontrolle. Ahaha. Abfall, Warn und Versagen. Das ist halt nicht aktiv. Jaja. Hä? Hallo? Hallo? Der will leider nicht mit mir reden. Ähm. Apropos nicht mit mir reden. Ach scheiße. Hätte ich da wohl die Tür zu machen sollen? Egal. Soweit ich gleich wieder oben bin. Äh. Du siehst aus wie, du hast Hufen und du siehst aus wie ein großer Pferdeapfel. Aus Silent Hill 2. Oh Gott, der arme Kerl. Oh, der kommt ja gleich nicht nach oben. Der ist doch hier mit nichts wirklich verbunden. Ich kann, ich kann nichts machen erst. Ich kann ihn wirklich nicht anklicken. Ach, der macht nur Haya, Leute. Der schlägt nur. Dem geht's eigentlich gar nicht ganz gut. Den Typen. Der macht nur Haya. Hört ihr? Der macht ja nur so. Nicht so geil. Fuck. Und das, wo mal jemand war? Ich denke schon, ne? Das ist auf jeden Fall nur ein großer Haufen Scheiße. Hätte ich da jetzt vielleicht durchgemacht... Ach, ich trau mich nicht einfach da durchzugehen, wenn er so an ihm vorbei... Ah, das ist jetzt echt ein bisschen mies. Ich will das nämlich gleich nicht nochmal machen. Ja, komm, verpiesel dich, verpiesel dich. Ich kann nichts machen für den Typen. Okay, da vorne kann ich nicht rein. Ich hoffe mal, der kann nicht hier hoch. Scheiße! Warte mal, das ist aber blöd. Kann ich da hochspringen? Ich hoffe ja. Ich warte mal, bis der weg ist und dann versuche ich es mal. Guck mal, der stampft da rein. Das ist gut. Stampft da mal rein. Mach das mal. Ach so, oh, Gott sei Dank. Das wäre echt mies gewesen. Ja, ich hoffe, der kann nicht hier hoch. Ja, da würde ich auch nicht wieder runter gehen. Okay, hier geradeaus, dann nach rechts, oder? Ja, das müsste ihr Büro gewesen sein. Hier. Okay, machen wir. Hier sollte man eine Liste von Leuten sein. Mal sehen, ob es jemanden gibt, der eine Sicherheitssignal. Okay. Nehmen wir das hier schon einmal. Also, wir haben Sarah Lindwall, okay, äh, 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 verfasster Arke, ach so, ähm, grünländisch, sagte, sie würde beim Überbringen der Arke helfen. Arke, der Arke, der Arke, der Arche. Selbstmord wegen Kont- Ach, Marc, die Kontinuität. Strohmeier ist wirklich sauer und hat die Sicherheit verstirbt. Einfach nur Fall, dass es viel, weil sich das viel besser anfühlt. Okay, äh, koreanisch. Marc? Sarah? Okay. Ähm, Arke, Arke-Projekt ausgesetzt. Ach so, deswegen ihm. Delta-Flüchtung-Robotechniker. Er arbeitet für Strohmeier. Wer könnte den Sicherheitscode wissen? Warte kurz. Lass ich kurz nochmal gucken. Bin ich gerade blind oder stehen hier die, äh, die Berufe nicht wirklich? Gerade standen doch auch immer die Beru... Warte mal, da standen gerade Robotertechniker irgendwo. Da, ach so, Robotertechniker, okay. Noch ein beschissener, äh, selbstmord Strohmeier hat mich wieder aus. Mein Robo hundert sich auch. Okay. Maggie, wir sehen uns so ähnlich. In einem anderen Leben werden wir bestimmt beste Freundinnen. Sie half mir, das Wellenleck vom Helm zu schneiden. Wenn ich erst irgendwann dann werde ich am Ende und das hänge, auch was nach mir zu stellen. Der Ski war wie immer fröhlich und lustig. Also, ich würde ihn eigentlich... Ich weiß nicht, wieso ich mir das aufschreibe. Schreib's mir einfach mal auf. Ihn würde ich hochladen. Sag, ich würde beim Bau der Ark helfen, aber nicht beim Transport nach... Fing. Sag, ihn mal hoch. No, it won't work. We need someone from Theta Security Group. Okay. Ellen? Ich kann ja auch eigentlich alle ausprobieren. That one won't work either. Look for security people at Kronstadt or Strohmeier. Okay. Okay, aber die haben wir ja nicht hier. Soll ich einfach... Ich mach jetzt einfach alle mal von unten. Ist ja jetzt auch egal. Wir haben so viele Namen jetzt gehört. Strohmeier hatte... Hatte er ja nicht mit Robin und Sarah zu tun? Ich bin mir nicht sicher. Mark war der, der sich umgebracht hat. Ich mach trotzdem jetzt nacheinander. Tut mir leid. Okay, versuche tatsächlich die Info und dann eine. Ja. Okay, Robin... Der Strohmeier hat mich wieder aus dem Labor ausgesperrt. Ja, aber... Aber der Techniker, ja, wird jetzt für Strohmeier. Dann sei man nicht so genervt. Umgebung, Strand, Modul, keine. Okay, Start. Das war nicht so gut. Das Strohmeier hat mich wirklich aufgeteilt. Bastard. Was? Wie kam ich hier? Nicht Angst, Herr Wan. Dr. Chun, ist das du? Was ist das? Was ist das? Listen, ich brauche wirklich deine Hilfe. Ich brauche die neue Sicherheit. Dr. Chun? Ich höre deine Sprache, aber es ist niemand hier. Es ist niemand hier. Oh, scheiße. Oh. Okay, dann noch haben wir eine Schiebe. Das war nicht so gut. Strohmeier hat mich wirklich aufgeteilt. Bastard. Was? Was ist das? Wo bin ich? Alles ist okay, Herr Wan. Just relax. Dr. Chun? Was ist das? Ich brauche ein Geheimnis. Ich brauche, was die neue Sicherheit ist. Warum machst du das? Ist das ein Trick? Ich bin nicht dir nichts. Ich bin nicht für mich. Ich versuche, die Arch zu retten. Nein, du bist lieb. Das ist alles ein LIE. Schau mal, das ist ein fucking LIE. Schau mal, hier. Ich werde mich aus hier, Charo. Ich werde deinen Teeten in. Wenn man umgebung kainer Das war nicht so schlecht. Stroma hat mich wirklich geholfen. Stop, Bastard. What? What happened? Where did everyone go? Take it easy, Mr. Wan. Chun? What happened? I can't see anything. There's nothing here. It's okay. It's all a part of the scam. No, no, that's a lie. You're lying. Don't get upset, Mr. Wan. No, no, no. Why are you doing this to me? I trusted you, Chun. I trusted you! I think we need to build the scene so it's more what he'd expect. As soon as he starts to doubt, we've lost him. You're right. We need to think this through. We need some more data. We want also noch mehr Daten über ihn? Über Brandon Wan. Brandon Wan. I'm still here. Okay. I hope there were still rooms. Where there was something again around. We still have the drive. Guy Conrad. Madden. Maggie. Here we go. Brandon Wan's room. I'll just override the lock for you. Thank you. Oh, excuse me. A legacy scan of me, that was on the computer. If we get to know him, maybe we can make the simulation a little smoother. Okay. Is this for his wife? Cute. Well, I, this. Are you ready to fill the room? I'd just have to see my license. We'll just have to wait for out. Alright. I'll have to wait here. Thank you. And this is my husband. Oh, yeah. That's my wife. Stromeyer hat mir erzählt, dass mich der Hangover umbringen würde, was für ein Arschloch. Anfangs ging es mir noch ganz gut, ein paar Stunden später aber bekam ich fürchterliche Kopfschmerzen. Am schlimmsten aber schmerzt diese Tschundruller. Sie kann manchmal so unangenehm werden, dass es mir die Haut aufstellt. Stromeyer ging total an die Decke und untersagte alle zukünftigen Scans für das ARC-Projekt. Anscheinend wollte Konrad bei der Kontinuität mitmachen und gab sich gleich nach dem Scan direkt im Pilotensitz den Rest. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir neue Sicherheitscodes bekommen werden. Habe gehört, dass das Komeribi-Vermessungsteam nach Delta unterwegs ist, um ACAS abzuholen. Er ist jetzt schon seit Monaten alleine da. Keine Ahnung, was er in der Zwischenzeit gemacht hat. Er ist verrückt geworden. Oh, stopp. Äh, zurück. Achso, das war's. Okay. Ein Foto. Das ist seine Familie, seine Mutter und sein Vater. Origami. Ich bin nicht wirklich dumm. Ich hörte Alice mit Brandon an der Intercom zu sprechen. Sie sahen sie bereit sind. Du hast das von der Intercom? Es muss eine Transmission-Buffer sein. Hang auf. Das ist genau das, was wir brauchen. Ich glaube, wir haben das, Simon. Ich kann Synthesize Alice's voice von der Intercom und benutze es um sie für die Simulation zu impersonieren. Wir können ihn in die Gefängnis zu fühlen, um zu öffnen. Das ist gut. Ja, gut. Ich fühle mich gut an diesem. Gut, mit der Intercom. Ich wusste nicht, dass du mich da verabschiedet. Was ist es denn? Es ist nur etwas, was ich jetzt mache. Es kommt natürlich an dich an. Das ist wirklich interessant. Ja, ich werde sicher, dass ich es in meinem Datingprofile verabschiede. So, sagt er denn noch was hier bei den Fotos? Nein. Okay. Hier haben wir noch ein wunderschönes Foto und hier haben wir auch noch ein wunderschönes Foto. Ganz viele Umgebungen. Wir können nochmal in die Schubladen gucken. Hier haben wir noch einen Brief. Brandon, ich bin wegen des Scans völlig durcheinander. Alle sind so tapfer. Nur glückliche Gesichter. Keiner zeigt Bedauern. Weißt du noch, wie du mir sagtest? Du würdest meine Hand während des Scans halten? Wenn das Angebot noch steht, würde ich es gerne annehmen. Wenn wir uns zusammen scannen lassen, könnten wir auch den Hangover danach zusammen überstehen. Sie sagen, ein paar Tage braucht man schon danach, um sich zu erholen. Viele küsse Alice. Ich fand mehr Evidence, dass sie zusammen waren während des Scans. Das ist okay, Sherlock. Wir haben es bereits gemacht. Wir sollten uns auf dem Simulator Brandon und Juan simulieren. Warte mal, ich schaue das mal auf trotzdem. Chinese! Okay. Weg hier, bitte weg hier. Ich traue dem da hinten nämlich wirklich gar nicht. Mal gucken, wo es uns jetzt hilft. Mal gucken, wo es uns jetzt hilft. Mach mal die Schiebe, oder? Und starten. Das war nicht so schlecht. Stromau hat mich wirklich gut gearbeitet. Bastard. Was ist mit der Rune? Nicht was du erwartet, richtig? Alice, wo sind wir? Wir haben es geschafft. Es ist die Ark. Aber ich muss dich etwas fragen. Was? Was ist passiert? Tell mir die neue Sicherheit. Es ist wichtig. Ah, das war eben hier. Noch mal. Das? Das ist die Ark. Das ist die Ark. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ich wusste nicht, es würde es funktionieren. Nur eine Sache. Was ist das? Was ist das? Sie haben eine neue Security-Cypher, nicht wahr? Ja. Die WoW Lockdown. Ich brauche diese Karte. Es ist die einzige Möglichkeit, die resten der Staffen. Das ist verrückt. Du bist nicht Alice. Das ist nicht wahr. Ich bin Alice. Du bist lief. Das ist ein Trick. Mr. Juan, ich brauche dich. Ich brauche dich. Das ist kalt. Das ist kalt. Das ist kalt. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Ich brauche dich nur zuerst. Ich werde dich nichts mehr geben. Ich werde dich zurück zum Theta. Jetzt. Ich werde dich nicht mehr zu machen. Ich werde dich nicht mehr zu tun. Ist das alles überlassen? Ich meine, kann er erinnern, das hell wir durchführen? Der Simulation nie verwendet die Schmerzen. Es ist ein neues Start. Das ist ein bisschen komfortierter, ich glaube. Und nochmal. Oh nein. Du kennst dich? Für Gottes Wunsch. Oh nein. Ich weiß halt echt nicht mehr was ich hier machen soll. Soll ich vielleicht nochmal Alice durchsuchen? Ich brauche Alice. Ich glaube, ich glaube das muss ja auch. Ich muss ja, wir müssen uns ja so benehmen, wie sie. Oh, bitte nicht. Lass mich raten, Alice ist da vorne, oder? Alice! Das macht keinen verdammten Scheiß! Alice! Scheiße. Nadia, Peter, Robin, Martin, Marc, John, Catherine, Brandon, Maggie, Nadine und Guy. Hey, ich dachte eigentlich, ich hätte jetzt das Rätsellösung. So, you're not worried that there are other Simons or Catherine's running around out there? Now I am. Jeez, Simon, sometimes I'd better left alone. Oh, da unten ist es ja auch ganz schön lustig. Scheiße. Was haben wir hier? Scan, lock, okay. Das hatten wir auch noch nicht, das hatten wir uns noch gar nicht angeguckt. Alice, 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 Alice. So, wie denn sonst ist der Orkos Zeitplan? Ausgesetzte Scans. Hm. Keine Alice dabei. Das heißt, sie muss gescannt worden sein. HÖ! Sie sagt mir hier, aber auch, sie sagt mir gar nichts mehr. Vielleicht jetzt nochmal das mit dem Strandversuch? Das war nicht so schlecht. Stromau hat mich wirklich aufgetauscht. Bastard. Wow. Was ist das denn? Wo sind wir? Willkommen zu Beyond. Wir haben es geschafft? Ich wusste nicht, dass wir so arbeiten. Nur eine Sache? Was meinst du? Habt ihr noch, wie Theta verändert den Sicherheitszimmer? Ja. The wow lockout. There's still people we have to save and we need that key to do it. Wait, this is crazy. You're not Alice. No, I am, I promise. So you're lying, this is a trick. Mr. Juan, I need you calm down. This is fucking cold using it. Wait. Simon, you just reset the simulation. Ja. Ja, aber was soll ich denn hier machen, Mann? Will ich jetzt nochmal keine Alice machen? Was soll ich machen? Ich muss an Alice, an Alice Garten. Willkommen zurück, Mr. Juan. Dr. Chun, is that you? What happened? What is this place? Everything's fine. Thayden needs your help. We need the new security cipher. Dr. Chun? I hear your voice, but there's no one here. There's no one here. Yeah, but it's not going to work. It's not going to work. I can do the ski cipher, but it's not going to work. That wasn't so bad. This tromar really got me worked up, bastard. What happened to the room? Do you like it? Alice, where are we? This is the Ark. However, we have a problem. What? What's happening? The new security cipher. I need it. You're alive. You're not Alice. What did you do to her? What's going on here? Why are you doing this? What's happening? Simon, we need something new to work with. Ja. 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 Jetzt mach doch mal was. Scheiße. Mach doch einfach mal was. Ich hab ja hier auch jetzt keine anderen. Warte mal, klar. Oh, ich bin so doof. Oder doch nicht. Nee. Hä? Warte mal. Ich konnte doch hier Daten hochladen. Und jetzt lässt sie mich das hier nicht nochmal machen, oder wie? Nein. Kann ich nicht wieder zurück? Geladener Scan. Das ist ja alles toll. Ich will das nochmal neu laden. Ich will gucken, ob Alice drin ist. Scheiße. Versteht ihr? Ich wollte nur mal gucken. Alice war doch mit dabei, oder? Also könnte ich sie doch bestimmt auch hochladen, oder nicht? Boah, ist das blöd. Das ist echt blöd. Ich nehme einfach viel zu lange auf. Ich muss ja keine Pause machen. Ich hatte es immer noch hier am logischsten, Alice, den Raum von Alice zu finden. Und in diesen Raum halt... Und in diesen Raum ein bisschen mehr über sie zu erfahren. Und dann sie auch wirklich besser, naja, simulieren zu können. Scheiße. Wenn ich jetzt nochmal hier das mit Strand nehme und nochmal durchlaufen lasse, machen wir das auch nochmal? Mann. Wie kommt ihr mir in ihren Raum? Cap's Ruin hat ja jetzt gerade auch gar nichts gesagt, als ich vor der Tür stand. Ich bin nicht so schade, auf reinzugehen, aber naja. Da ist es ja noch in Ordnung. Das ist zu schnell. Oh, ich bin Alice. Doch. Ja, dann sag mir was ich tun soll! Mann! Ich will es ja selber, aber du lässt mich das ja nicht... Tunnel Locked? Das wird mir auch nichts, das wird mir überhaupt gar nicht... Das wird mir nichts. Ah, Testumgebungen! Ah! Okay. Wasserübertragung. Kopie an. Keiner. Okay, ähm... Okay. Okay, ich möchte das gerne kopieren. Aber nur wo... Das hier sind die Persönlichen. Das hier ist... Brauch ich das vielleicht? Ich muss das grad versuchen. Das ist wirklich furchtbar. Okay, das ist drauf. Ich möchte das hier bitte auf Chip kopieren. Kann ich dir hier Auto drauf kopieren? Nö, kann ich natürlich nicht. Okay. Kann ich nur den Scanraum? Netzwerkübertragung auch nicht? Okay. Dieser Raum also. Das heißt, er denkt er wäre noch in diesem Raum. Das ist eigentlich auch ganz gut. Das ist eigentlich auch ganz gut. Eigentlich ja. Scanraum. Alice, Start. Okay, macht mehr Sinn. Das ist das, was du für den Berichter zu hören. Ich glaube, ich hatte es kommen. Über Strömmer. Er ist mir zum neuen Sprecher für ASAP. Was soll ich ihm erzählen? Das ist okay. Ich kann ihn sprechen. Wait. Schon nicht schon gesagt, dass du dich einfach zu nehmen? Sei es nicht. Ich werde mich nicht erzählen. Ich fühle mich verletzt. Okay. Okay. It's 1729 over 42. 12 over 407. Got it? Yeah, I got it. I'm sorry, Mr. Wong. Right. Goodbye. Oh, wait. That's enough. We got what we need. Is that what we are? Simulations? Yeah, but it shouldn't make any difference. You're still you. I'm not sure what to do with the data. You decide. Soll ich seine Daten löschen, oder soll ich ihn herunterfahren? Ich weiß nicht, was wir am Ende noch machen können. Ich werde es nur herunterfahren. Oder vielleicht hätte ich es gar nicht lassen sollen. Ich lass einfach. Ich weiß nicht, ob das richtig war. Ich will da nicht unten durch. Ähm. Ich finde das alles ganz cool, ne? Aber ich habe nicht ein Sicherheits-Terminal für einen Key oder so gesehen. Simon, wir haben ihn. Wir können jetzt nach Dundan kommen. Geh zurück hier. Ah, okay, okay. Ah ja, stimmt. Oh. Ich bin so lange schon hier. Wenn er speichert werde ich nervös. Das Schiff war eigentlich das Schlimmste vom ganzen Spiel. Das mochte ich nicht. Aber ich glaube, oder... Nein, ich hoffe... Ich hoffe, wir werden nicht... Doch ich glaube, wir werden noch mal in so eine Unterwasserwelt kommen. Ich dachte, wir sind ein Roboter. Sind wir ein Roboter oder sind wir kein Roboter? Wir müssen ja einer. Da bist du. Ja. 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 Warum? Ja. 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 Warum hat sie das jetzt gerade gesagt? Es wird doch alles sicherlich nicht so klappen, wie sie es sich jetzt vorgestellt hat oder wie du es dir jetzt vorstellst, Simon. Simon, Simon, Simon! Du weißt doch Bescheid, Simon. Guck dir doch einfach mal das Blut an. Ich schwenke das Omnitool, ich schwenke das Omnitool.